Yo, servus Leute, Artly wieder hier mit einer weiteren, hoffentlich gut funktionierenden, Runde, Skyhill. Wir labern nicht lange los, wir spielen neu, auf einen Moment zurück, Tutorial, normal, und wir haben ja beim letzten Mal, wo wir richtig schön reingekackt haben, Weichei, du bist Luxus gewöhnt, dein Zimmer ist das Beste der Stadt, du startest mit einem Stufe 3 Bett und einer Stufe 3 Tür, leider hat dein behüteter Lebensstil dich auch weich werden lassen, du nimmst 25 am Arsch, Bulimie, ne, Tobsucht, war eigentlich gar nicht mal so blöd, muss ich ehrlich sagen, weil wir halt immer zuerst angegriffen haben. Ich hab vergessen, meinen Timer zu stellen, das ist mega intelligent, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Machen wir halt heute ein bisschen länger, ne, sagen wir mal bis 18 mach ich denn, so. Timer steht, kann die wilde Fahrt ja beginnen, also ich würde sagen, Tobsucht nehmen wir wieder, und Inspiration Eureka, quasi aus dem Nichts hast du es geschafft, deine Zuflucht zu verbessern. Was? Quasi aus dem Nichts hast du es geschafft, deine Zuflucht zu verbessern. Egal, mich deutsch schwer, ich nichts verstehe. Ne, verstehe ich gerade wirklich nicht. Deine Zuflucht? Meine Zuflucht, mein Haus, meine oberste Etage zu verbessern? Boah, ey, kein Plan, auch wenn es hart wird, deinen Körper... Ne. Einmal... Essen oder Heilung, würde ich wieder sagen. Ich würde sagen, nehmen wir wieder Erste-Hilfe-Kit. Und dann gehen wir ab ins Skyhort. Ja, komm, komm, Junge, geh weg, kennen wir doch schon alles. Regenerieren, so. So, vertrauchtes Heim, ne. Glück allein. Ne, komm, so, Spaß vorbei. So, was haben wir denn hier? Ab geht's runter. 99, was haben wir hier? Lecker Küchenmesser. So, was haben wir hier? Nix. Auch schön, ne? Nix kann man auch viel anfangen. So, haben wir erstmal Küchenmesser. Ist schon mal halbwegs okay. Ja, da haben wir direkt den ersten Affen hier. Ähm. Ju, 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 ju. Wo gehen wir denn drauf, ne? Körper, Arme, Kopf. 50 Prozent. Moment. Ne, komm, ich fang jetzt nicht an mit dem großen, ähm, äh, Rumge-Zeter. Ich bleib hier schön beim Torso, den ich auch verfehle. Ey, der Typ, der ist eine Kartoffel wie ich, ohne Scheiß, ey. Der Typ bin ich in einem Videospiel. Kein Witz. Okay, wenn man davon absieht, dass ich mich irgendwo verstecken würde, anstatt, ähm, hier rumzulaufen, ne? Was? Was habe ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Ähm. Zwei, fünf. Okay, nein. Ähm. Ich versuche diesmal sofort auf die, äh, Axt zu skillen. Das heißt, wir gehen auf Schoko... Oh, Schokolade. Oh, ich habe auch gerade Bock auf Schokolade. Aber ich muss mich beherrschen. Ich muss mich da beherrschen, meine lieben Freunde. Da muss ich mich... Ähm, ich weiß auf jeden Fall, wir mussten auf Decks gehen. Auf Geschicklichkeit. Und das werden wir auch tun, denn ich möchte mal in einem Run die verkackte Axt haben. Mein Gott, ich habe jedes Mal irgend so eine Rumgefuchtel, weißt du? Habe ich auch keinen Bock drauf. Ich will mal so richtig, richtigen Klopper haben. So nach dem Motto, du kannst mir eh nix. Mal gucken, guck dir das mal an, ey. Ich habe ein Küchenmesser. Küchenmesser gegen so ein... Keine Ahnung, was. Gegen so einen Mutanten... Ich nehme dich auseinander, Vieh, ey. Ja, schön. Kopftreffer. Schön in die... Hat er jetzt nicht gegeben, ne? Jungs, hat er nicht. Klar. Gibt ja mal halt einfach so ein 80er-Gesundheitsteil. Also sage ich nicht nein, ne? Ach, deswegen. Ach, hätte ja mal sein können, dass ich auch mal Glück wieder ein bisschen habe. Aber ne. Ne, das Vieh lacht mich ja aus. Ach ja, falls einer auch das Spiel hat. Ich habe gesehen, ich glaube, den werde ich auch anschreiben. Es gibt mit mir auch einen kleineren, also der, denke ich mal, gerade angefangen hat. Let's Player, der das Spiel auch spielt. Ich weiß aber leider nicht mehr, hieß, wenn ich dran denke. Der ist ziemlich cool, der Typ. Den verlinke ich euch dann mal im Video. Also unten drunter, den Kommis. Der Typ ist echt Knorkel. Ähm, worauf wollte ich überhaupt hinaus? Ach genau, ähm, ich weiß nicht, ähm, warum. Aber ich, es gibt hier Sammelkarten. Aber ich finde, jo, Generator. Klar. Kann man mal machen. Ähm, ich finde in diesem Spiel zwar Sammelkarten, aber ich finde, ähm, nichts wie viel es von den Sammelkarten gibt. Also ich habe keine Möglichkeit, die zusammen zu verknüpfen. So. Ähm, ich würde sagen, wir gucken, dass wir so schnell wie... Ah, ich bin Level Up. Dann gehen wir direkt... Gehen wir direkt hier auf Geschicklichkeit. Gehen wir hier auf Geschicklichkeit. Ähm. Ähm, ja, was... Genau, Generator. Weil ich kriege halt, äh, um zum Thema zurückzukommen. Ich kriege halt hier die ganze Zeit, ähm, Sammelkarten. Das finde ich auch voll schön. Nur ich kann die nicht zusammenfügen. Das ist ein bisschen nicht so schön, ne? Äh, die zwei könnten wir schon mal im Dingenskund... Genau. Blablabla, blablabla, Gefasel. Ähm. Heißt, wir brauchen noch ein Metallteil. Und da haben wir wieder einen netten anderen Kandidaten. Äh, Sticher. Und Schnitz. Wie kann das verfehlen? Ach komm, 80%. Kann ja auch mal daneben gehen, ne? Äh, so, damit es ganz sicher ist. Zack. Was kriegen wir? Leer. Kann ja auch mal leer sein. Kleber und Alkohol. Und hier haben wir... Shit. Nice. Ey, das ist... Das könnte eine gute Runde werden, Jungs. Das könnte eine gute Runde werden. Weil... Jetzt kann ich mir nämlich schnell notieren... Jetzt kann ich mir nämlich schnell notieren, was wir nämlich brauchen... Für, ähm... Achso, ja, äh, Quatsch. Äh, Nähl. Nähl. Nähl, so. Dann VIP-Zimmer. Bauen. Waffen. Wir möchten... Ja, genau hier. Die mechanische Axt brauchen wir halt für den größeren Damage-Output, damit wir diesen... Und dann brauchen wir noch... Was brauchen wir? Sechs Geschwindigkeit kriegen wir mit dem nächsten Level ab. Geschicklichkeit brauchen wir noch, äh, 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 ähm... Ja, nächstes Level abkriegen wir das auf jeden Fall schon mal zusammen. Ja, dann fehlen wir uns auf jeden Fall nur noch die Metallteile. Und das hier, okay, alles klar. Das ist easy. Das kriegen wir auf jeden Fall. Holzteil haben wir schon, Stock haben wir... Alles klar. Okay, ähm... Schlafen wir mal eine Stunde. Schlafen. Ein Vogel fängt an zu singen, als ich mich anregte. Sein Lied war traurig, aber es spendete mir dennoch Trost. Ich habe besser geschlafen als sonst. Keine Albträume, keine Erdrückungen, Sorgen. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Okay, ähm... Eine Pfefferschote. Dann essen wir noch... Äh... Das hier. Schlafen noch mal... Schlafen zweimal. Jemand ist letzte Nacht in mein Zimmer geschlichen. Am Morgen fehlte Orange. Wenigstens lebe ich noch. Och, nicht dein Ernst. Das ist so lachhaft. Noch einmal schlafen. Albträume plagen mich. Das schreckliche Version zerstört werden. Mutanten verschlagen, weil ich immer übrig war. Ich war auf, erschöpft und schweißgebadet. Och, nee. Nee. Okay, Kaffee und, äh, runter, ne? Äh, das war natürlich jetzt blöd. Das war jetzt blöd. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Muss ich leider zugestehen. Habe ich echt nicht mitgerechnet. Jetzt hoffe ich nur, dass ich irgendwas zu essen finde. Ansonsten sind wir geliefert. She... Shit-Ass-Joe. Einer von uns muss es hier lebend rausschaffen. Ich habe was für dich versteckt. 85. Stock. Okay. Nehme ich so hin. Ich meine, wenn er was versteckt hat, nehme ich stankend an. Ja, ein schöner, kritischer Teffa. Ich hasse dich. Du kleiner, blöder Mutant. Ich muss also sagen, die Mutanten sehen ziemlich cool aus in dem Spiel. Erinnert mich so ein bisschen an Left 4 Dead. Left 4 Dead? Ja. Left 4 Dead. Nur irgendwie grüner. Ich weiß nicht. Also vom, 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 vom... Nee, oder? Ja. Extraktion. Nice. Okay. Warum macht der so endlos viel Schaden? Das ist ja nicht mehr schön. Ah, Moment. Geschwindigkeit 278. Boah, das wäre natürlich sexy. Ähm, dann kloppen wir mal den kleinen Verbandskasten rein. Ich habe nämlich keine Lust durch den kritischen Treffa. Ich bin so dumm. Ich habe den Raum vergessen. Ich habe Hunger. Ich auch. Ziegelsteine. Alles klar. Ähm, okay. Okay, dann kriegst du von mir jetzt erstmal ein Wasser. Das sollte aber ausreichen. Komm ran, Junge. Ich krieg so ein Schlitzer. Ah, 15. Acht. Nice. Klar, kritischer Treffer. Weißt du, die kritten wie Sonnt am Meer und der schafft es nicht, weil wir anzugreifen. Das ist nicht der Kollege von eben. Oh, der war nice. Das war schön. Rohr, 1 von 8. Ja, nee. Das, äh, am besten wären wir hier echt mit dem Brecheisen. Das heißt, wir müssen auf einen Gegner warten. Am besten auf einen Gegner warten. Hm. Schlüsselkarte ohne Batterien. Noch ein 25er. Was zum... Komisch. Sehr, sehr komisch. Kritischer Treffer. Den will ich eigentlich töten. Ach klar, der ist weiter nach unten gegangen. Logisch. Noch ein 25er. Ja, leck mich am Arsch. Eine Schokoriegel. Ich hab kein Kleingeld mehr. Ja. Ich bin am Überlegen, den 80er einzusetzen. Hm. Setze ich den ein oder setze ich ihn nicht ein? Das ist jetzt hier die Frage. Oh Gott. Okay, äh. Tantenblut, Brokkoli, Level Up. Ähm. Fürs Brecheisen brauche ich zwei Geschwindigkeit. Und den Rest geht auf Ausweichen. So. Haben wir ein Brecheisen. Ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Waffe. Frage ist, ob wir das Ganze hier überleben, ne? So. Ähm. Großer Verbandskasten. Fünf. Zehn. Dreißig. Hm. Puh. Bisher lohnt es sich eigentlich immer noch nicht so nach oben zu gehen. So wirklich. Ich glaub der Run, der wird nichts. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Der wird nichts. Okay, erstmal hier diese Salatzeug futtern. Ich hab vergessen den Heilungs... Ich hoffe, das schaffen wir auch so. Wow. One Hit. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Fisch. Kreditkarte und leer. So, dann essen wir jetzt den Fisch. Können wir auch schon mal ein ganzes Stück ver... Okay, wir wissen... Wir können die One Hitten... Oh Gott. Verfehlt. Er ist nach... Ein Generator. Sehr nice. Das heißt, rein theoretisch gesehen könnte es sich jetzt lohnen, nach... Nach oben zu gehen. Ach, scheiß. Verfehlt. Kritischer Treffer. Oh Gott. Birne. Er. Okay, jetzt muss ich's nehmen. Das heißt, ich kann auch direkt Schokolade... Und Wasser trinken. Nice, okay. Ähm, jetzt gebe ich mich auf die Suche zu diesen Typen. Okay, der ist noch weiter nach unten gegangen. Hier finden wir noch so'n Viech. Gehen wir mal auf den Kopf. Nice. One Hit. Ziegelstein. 17,5. Ach, kacke. Komm, treff ihn doch einfach mal auf den Kopf. Einmal. Okay, kannst vergessen. Wandskasten. Draht. Was bist du? Oh, Junge. Oh, ne, wieso verfehlt das Ding jetzt? Ey, macht aber Schaden, hör mal. Shitass Joe, danke. Hä? Was für danke? Ähm, was brauchen wir für die Axt? 12. So, haben wir auf jeden Fall. Stärke brauchen wir 8. Geschwindigkeit 6. So. Jetzt müssten wir rein theoretisch nur noch das Zeug dafür kriegen. Nüsse und Stock leer. Wasser und Zwiebel. Ein Blitzstab. Wo kriege ich denn bitte einen Blitzstab her? Hm. Ah. Ah, könnte man da jetzt nach oben gehen? Ich könnte den Aufzug weiter reparieren durch den Generator. Ich könnte... Ja, das war's eigentlich schon, ne? Ja, könnte ich eigentlich nicht machen. Ich bräuchte echt diese Metallteile. Ich muss weiter. Weiter hier runter. Okay, den haben wir. So. Der ist auch Geschichte. Hier haben wir noch so'n... Fett-Ass. Ach, Sch... Instraktion. Oh, komm. Das ist echt traurig hier, ey. Ey, ich verfehle hier alles. So. Metallteile. Nice. Noch so'n Lulatsch. Oh. Komm schon. Sag bitte, der ist nach links gegangen. Oh. Natürlich nicht. Nice. Okay. Konserve. Cola. Der. Und ein Fisch. Ein Fisch. So. Ähm. Ah, Kacke. Noch ne Nuss. Äh. Fisch. Und ne Cola. So. Äh. Okay. Alles klar. Hört sich mal einfach, erhängt. Gut. Ähm. Haus rein, ne? Ja. Leer. Leer. Zeitungsfetzen. Besteht scheinbar eine, eine, was? Besteht scheinbar eine Verbindung zwischen diesem Mord und einem weiteren, der zwölf Meilen außerhalb der Stadt begangen wurde. Eine junge Frau wurde brutal mit einem Hammer erschlagen, doch es konnte keine Hinweise auf einen Raub oder ein Sexualverbrechen gefunden werden. Die einzige Überwachungskamera mit, ach, das hatten wir schon mal vorgelesen, ne? Blablabla, Tatort geflohen, ja. Und Verbandstasche. Boah. Das gibt einmal 100. Okay. Wir haben vielleicht doch eine Überlegungschance, dass das irgendwie doch noch funktioniert hier. Machen wir mal 50. Und trinken einmal Alkohol. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Jetzt muss ich aber safe spielen. Aber jetzt darf ich hier nicht auf, äh, Kopftreffer hoffen. Ich will, dass das jetzt hier auch funktioniert. So. Ich hoffe jetzt auf Metallteile. Und das war's. Eigentlich nur auf Metallteile mehr auf mehr hoffe ich eigentlich schon nicht. Ziegelstein bringt uns jetzt nicht so viel, aber eine Cola schon eher. Dann noch ein Metallteil. Uns fehlt nur noch eins, Jungs. So, Jungs und Mädels, nur noch eins. Dann sind wir safe, Freunde der Nacht. Dann sind wir safe. Das ist, glaube ich, auch schon die sechste Folge, die ich hintereinander aufnehme. Nur mit Pausen. Ich warte halt, äh... Vor allem, dass mein erster Tag, wo ich überhaupt Let's Plays aufnehme, erst mal sechs Folgen ausballern. Aber ich hab eh Ferien, von daher... Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. So, was bist du? Okay, wir haben dich noch nicht getroffen. Okay. Wenn wir Lack haben, dann... Ah, nice. Lumpen und Zucker. Okay. Weg mit dir. Komm, Junge. Er kriegst Keule. Bam. Wieso? Verfehlt das? Klar. Und jetzt läuft er weg. Richtiger Krieger, der Typ. Und so viele Messer, die wir finden, das ist echt nicht mehr normal. Och, Mann. Aber wenigstens merkt man, dass das was bringt. Das mit dem... Komm, jetzt hab ich aber gesehen, du bist... Der ist doch hier reingelaufen. Was willst du mir eigentlich erzählen, Spiel? Vielleicht sollten wir mal ein bisschen Heilung reinballern. Eine Nuss. Eine Nuss, komm, Nuss und 30er. Bin ich heute ein bisschen großzügig zu dem Typen. Okay, das Zeug... Leer. So was mag ich eigentlich gar nicht. Egal. 20er. Und runter. Okay, auf den sind wir schon mal getroffen. Da können wir... Zack. Den so erledigen. Metallteile. Nice. Isolierband. Wir sind jetzt in der 75... Oh, Junge, was bist du denn? Bist du Jungbova-Fett oder was? Oh, Kacke. Ach, Tja. Okay. Einfach auf den Körper. Den kriegen wir sogar richtig gut down. Nicht schlecht. Also ich hätte das jetzt echt schlimmer erwartet. Machen wir mal auf zwei. Gehen wir schnell hier hoch. Jaun, jaun, jaun. Moment, hier können wir mal kurz gucken. Okay, das ist der Draht. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen weiter nach oben. Denn ich weiß... Oh, Moment. Milch. Zahnräder. Ich weiß doch, irgendwo habe ich doch... einen Generator gebraucht. Das kannst du mir doch jetzt nicht erzählen. Stimmt, das war beim ersten. Hier. Generator. Ja. Bin nicht blöd. Moment. VIP. So. Ah, Moment. Da war ja was. Genau. Äh, wir... Ach. Drex-Teil. Jetzt... Wir wollten ja was anderes bauen. Ähm... Was brauchen wir denn nochmal dafür? Das, das, das... Klinge. Zahnräder. Klinge. Bauen. So. Dann brauchen wir Zahnräder, brauchen wir Kabel. Isolier... Einmal Isolierband. Kabel. Zahnrad. Okay. Äh, was brauchen wir noch? Wir... Waffe. Waffe. Jetzt fehlt uns noch ein Metallteil, ey. Das kannst du doch keinem erzählen. Ah, was ne Scheiße. Okay, wie viel haben wir zu essen? Wir haben elf... Wir haben elf... Elf... Eier... Sieben... 25... Fünf... Okay, damit sollten wir auf jeden Fall nach unten kommen. Was schlabe ich da? Nein, komme gar nicht. Können vielleicht einmal pennen. Okay, pennen wir einmal und hoffen einfach auf das Beste. Oh Gott. Während ich schlief, ist nichts geschehen. Wenn ich die Umstände bedenke, ist das eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht, ist das dein Ernst? Ach, okay. Gehen wir runter. Bis ins... 91. Oh Junge. Oh Junge. Ach ja, Level Up. Ähm... Jetzt brauchen wir nichts mehr, ne? Nee. Wir brauchen nichts mehr. Das heißt, wir können weiter... Ballern. Ich glaube, ich pack die vier in... Ich brauche die sogenannte Geschicklichkeit. Das heißt... Die neun in Präzision. Ach, kack, wir sind schon über dem Limit. Ähm... Ja, ich würde mal... Moment, was? Ich würde mal sagen, dann... Äh... War's das. Äh... Ich werde nochmal schnell was essen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Leute. Oh ja. Äh... Was? Mein Name ist Adley und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von... Äh... Skyhill. Genau. Wow, was für ein schlechter... Was für eine schlechte Abmoderation. Aber... Seid ihr ja gewohnt. Also, ciao, Leute. Wir schauen uns ander ligeinar. Wir schicken uns mal hier auf den diligenstenigung. Wir... Soon. Halbacak. Wirцев... Wir73 tanpaus. Untertitelung des ZDF, 2020